Und willkommen zu einer Runde TroubleCraft, einem Spielmodus, der aktuell nicht öffentlich verfügbar ist und der noch so ein bisschen in der Beta ist, aber wir spielen jetzt zusammen mit DaluCraft, mit Galaxy, mit Jan, mit Katze und mit Dany. Hallo, hallöschön. Es gibt Tradershop, es gibt Detektiv, es gibt Tradershop, ihr wisst, die TTT funktioniert, das Ganze ist nur in Minecraft umgesetzt, ein bisschen sehr gut umgesetzt, wie ich finde. Auf mich wird geschossen. Leute, vergesst nicht, ich bin Detel, deswegen habe ich hier das Sagen. Wer schießt hier auf mich? Hallo? Du guckst mir dazu, verdächtig. Guck genauso wie an anderen Figuren. Nein, ich guck's nicht. Oh! Jan hat gerade Galaxy versucht rumzubringen. Jan, das gehst du nicht. Wer hat hier auf mich geschossen gerade, ich hab's gehört. Warum, wer... Man sieht die Namen nicht, wenn man über wen drüber zieht, denn das ist ein bisschen schwer. Dann müssen wir ja jetzt erkennen, wer wäre. Man hat es nicht. Nein! Ich hab dich versucht zu betröten, aber das Problem ist, bei dir wirkt ein Kopfschuss ja nicht. Du bist ja Hull da oben. Nein! Wann hat erhielt denn? Krawall, Bruder! Hier, weißt du, ich hab einen perfekten Dete-Job gemacht, ne? Ich find das... Perfekten Dete-Job. Alle Indos sind gestorben bis auf einer, aber ich war perfekter Dete. Ich war ein perfekter Dete. Ja! Das stimmt. Im Auftrag von Thanos unterwegs. So. Ich bin Indos. Die Hälfte muss sterben. Ja, Indos. Und, wie geht's euch so? Was macht ihr so? Wollen wir mal den Traitor-Tester in den Lauf bringen? Naja, such mal einen Goldblock weg. Ne, einen Goldblock für den Insta-Kill, meinst du? Also, hier unten ist er nicht. Wow! Early is Traitor, die Runde. Weißt du, weißt du, woher? Random. Early is Traitor? Ja, Early is Traitor. Ja, der ist Traitor, selber. Ich bin davon einfach innerlich überzeugt. Jemand hat gerade geschossen. Nein, wirklich nicht. Vertrau mir. Hier wird halt rumgeballert gerade. Warum ist jemand gestorben? Wo wird hier denn gerade rumgeballert? Ich seh keinen. Hier. Im Traitor-Tester-Haus ist einer drin. Äh. Hier sind zwei? Zwei? Zwei Tote. Hm. Okay. Dalu war... Ne, drei. Okay. Bedeutet, Jan... Aber wie ist dann der letzte noch gestorben? Da muss also jemand sein. Äh, also... Galaxy, wenn du Inno bist, töte Items. Und Items, wenn du innocent bist, töte Galaxy, weil... Oh, wir sind die letzten drei, oder was? Ja, ihr seid die letzten beiden, ne? Ja, gut, dann muss ich nur den Baum da im Auge behalten, weil da ist er ja, dahinter, ne? Na? Galaxy. Ja, ich bin hier. Ne? Wie, du bist hier. Du bist hinter dem Baum. Ja. Ne? Ist er es denn? Ja, es ist. Er ist es. Er ist es. Was erwarte ich dann nicht? Oh, bitte, hab nicht so eine große Range. Bitte hab nicht... Okay, ging. War okay. Kommst du runter? Hast du Angst? Ich seh dich halt leider nicht. Huch, hat mein Rappel weggebrochen. Wann bist du rüberzulaufen? Ja. Ach, knapp. Knapp, knapp, knapp. Piep, 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 piep. Hä? Bist du? Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Ja, ich kann ja auch nicht porten. Das geht ja nicht. Naja, der Traitor schon. Ja, gut, okay. Du warst doch noch gerade hier. Wo war ich gerade? Du warst doch gerade auf dem Turm. Ich war auf dem Turm? Und war ich auf dem Turm, bitte? Wann bist du denn? Und was gehst du denn gerade aus? Wow. Loll. Hi. Oh, falsche Waffe in der Hand. Muss ich die scopen. So. Ja, easy. Easy. Wenn er noch eine andere Map spielen wollt, dann könnte er das gerne sagen. Ja, wir machen, wir machen. Man kann sich gegenseitig erschießen. Man kann auch die Fenster da kaputt machen und sie dann als Blöcke durch die Gegend tragen. Ja, ist toll. Ich würde gerne mal Traitor werden. Das war eine Aufforderung in die Regie. Traitor Pass aktivieren. Oh, fuck. Das war der Date Pass. Sorry. Es gibt die AK, eine M4, eine Shotgun, eine Sniper, eine Deagle. Und dann noch zwei andere Pistolen und die M249. Hallo, Tim. Hallo. Ich bin übrigens Traitor, Kappa. Was ist an der Wunderung? Da drunten am Baum. Nicht auf mich schießen. Was soll denn sowas? Sniper ihn ab. Ey, was machst du da mit dem Minecraft? Hallo, das habe ich gesehen. Was denn? Ich habe den Traitor gedötet. Oh. Ups. Äh, pass auf, Buddy. Äh, ja? Da drinnen könnte, da drinnen, der könnte da drinnen sein. Oh, wow. Alter. Da ist nämlich gerade, das ist sehr vorteilhaft. Ich? Nein! Aber ich bin weich gelandet. Es war relativ fail. So, auf ein zweites. Komme ich hier unten wieder raus? Yes! Geht doch. Ich dachte, du warst gestorben, Buddy. Ich hätte fast gestorben. Dachte ich auch. Ich habe zwei HP. Godmode war noch an. Ups. Emergency Godmode. Tuesday is about to die. Activate Hovermode. Wo war denn das nochmal? In, äh, jedem Modpack mit dem Mod, mit dem Ding, ne? Ausgeflogen. Noobfilter. Oh. Sheriff. Buddy. You are detective. Hurra. Einem hat gelungen. Ganz unauffällig, gell? Hallo. Guten Tag. Der Herr. Oh Gott. Ey, so, jetzt war die Goldblock. Wolltest du mich mit der Nate umbringen? Welche Nates? Ich habe einfach nur eine Nate weggeworfen. Äh, wo bist du? Wenn ich sterbe, ist es da, du. Was hast du für eine Augenbraue? Das ist ein kleiner Skin. It's called a Monopoul. Das ist ein Auge. Das ist eine Fliege. Vertrau der Fliege jetzt mal. Ich gehe lieber weg. Hä, bin ich jetzt blöd? Ja. Ja, bin ich. Nein, ey, so, wir. Ey, du, du. Was denn? Waren wir Ziegenfußballspiel. Hallo, ich werde geschossen. Oh ja, ich will zugucken. Das war ich, habe ich irgendwie auf dich geschossen. Mach schon, au. Wow. Ich habe den Goldblock. Er ist gestorben. Early, zuerst rein. Geh rein, geh rein, geh rein. In die Tür, in die Tür. Einer. Items for Trader, okay. Ja. Items for Trader. Oh, die Tür ist einer. Raus, 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 raus. Ich dachte, man könnte sich testen. Neun Sekunden. Kann man manipuliert sein. Warte, warte. Jetzt wird man manipuliert. Ja, geht das so raus. Kann das vom Turm sicher nicht manipulieren. Doch, kannst du. Wie soll ich, ich sehe doch nicht mal ein Symbol. Ja, wenn du in die richtige Richtung klickst, dann geht das. Ja, wow, ich spiele zum ersten Mal. Hä, warte mal. Was denn? Äh, da, nicht hier. Da, du, da, du, da, du, da, du, da, du, da, du. Du kannst nicht zweimal Traitor sein. Oh, fuck. Oh, Alter. Das ist absolut ausgeschlossen, dass man zweimal Traitor ist. Das geht gar nicht. Ich bin ein guter Detektiv. Ja, du lässt einfach die komplette Welt sterben. Das ist schon, man muss Prioritäten setzen. Das ist richtig so. Das ist moralisch einwandfrei. Moralisch. Aber Jans Aktion, weißt du, ich wollte euch anfeuern. Los, los, mach das mit der Ziege. Ich schieße einmal so in die Luft. Mach das jetzt mit der Ziege. Jan, schießt mich überhaupt nicht. Ich habe niemals was getan. Boah, Alter, was war das denn? Also, wenn überhaupt, war ich schnell an Buddy. Was ist denn mit dem passiert? Kann man das Lava-Becken, also kann man das Wasserbecken zu Lava machen? Ja, kann man. Aber dann wird das jetzt auch noch Lava sein, oder? Ja. Ja, es ist Lava. Dankeschön fürs Demonstrieren, aber ich war nicht da. Du kannst das von überall aus machen, auf der ganzen Map. Wollte ich mir so machen, ja. Du kannst vom Turm aus den Traitor-Tester manipulieren. Aber muss man dafür, sieht man hier keine Hände? Weil ich habe in der Runde davon nichts gesehen an Symbolen. Ja, so ein Traitor-Symbol, whatever. So ein Nieder, so ein Text, den kann man nicht so gut lesen. Aber wenn du da in die richtige Richtung hinkriegst, kann man ein F drücken. Kommt wer hoch? Wo kommt wer hoch? Hier zu uns. Überall Leute. Hier kommen zwei Leute zu mir hoch. Hallo, hallo. Komm, noch Items. Hallo, hallo. Noch Items. Hallo. Noch ein Items. Guck mal hier. Gibt es Discos, also Discombulators? Ja, es gibt Granaten. Ich habe sogar eine. Ja, die habe ich auch eine. Ich glaube, die zählen so alt, also für die Leichen und so zählen soll es das. Auf dem Dach, Items. Nee, sonst wäre er da ja noch, oder? Ich glaube, er ist hinten runtergesprungen. Ich hasse. Hinter unten. Ich lebe noch. Ich bin gleich so tot, oder? Ja, natürlich, war klar. Er ist gestorben. Oh, fuck. Nein. Nein. Schade. Ich habe mich auf ins Gegenteil erschossen. Hä? Wie hat sich das denn geschehen? Earlyboy, direkt am Anfang geplatzt. Der Arme, ey. Schöne mal mal schlägen. Sandy werde ich getötet. Es war so, als wäre das ein Shooter. Bin ich nicht nett. Es hat ausgesehen, als hättest du dich selber umgebracht. Ja, ich habe bei Early auch nicht ausgeschlossen. Der hat den Nate abbekommen. Wer hat die denn geworfen? Ja, Dalu. Und der hat auch die scheiß Becken angemacht. Nein, das habe ich nicht. Glaube ich dir nicht. Das ist aber so. Der Buddy könnte es confirm. Das ist wieder aufgehangen. Das war wahrscheinlich Buddy. Was denn? Du hast wahrscheinlich vorhin den Lava gemacht, oder? Ja. Ja. Oh, jetzt könnte es sein, dass wir einen Shooter weniger haben, oder? Weil er ist nach der Runde disconnected. Ja, aber er ist doch, er hatte doch einen Disconnect nach Dems gelassen. Ach so. Warum habe ich einen Disconnect? Early, jetzt bist du alleine, hä? Kannst du jetzt was reißen? Ich bin nicht alleine. Ich bin innocent mit zwei anderen. Mach mal, sag ich bin nie alleine. Mit zwei anderen, ne? Mit zwei anderen? Das ist interessant. Haben wir drei Traders. Ich muss da eine Deagle haben. Na, nimm mal rein in den Traders erst hier. Ach so. Die Frage ist, kriegst du den Schuss hin, damit du mich umbringst? Hat er dann ein Damage bekommen? Hast du gerade auch bei dir geschossen? Nein, der hat einen Fallschaden gekriegt. Ich darf dich umbringen? Wie macht man das auf? F oder E? Cool. Also theoretisch kannst du das? Ich bin dazu in der Lage, dich umzubringen, ja. Wow. Ja, aber wäre unforteinhaft. Dalu Katis. Was? Wie Dalu ist das schon? Dalu Katis. Wie bitte? Dalu Katis, der hat Early umgebracht. Das Problem ist, die ist Early jetzt gestorben. Was ist denn das Problem? Das ist eine gute Frage. Oh. Jemand schießt. AWP mit Sniper. AWP mit Sniper. Nein, Leuchtturm ist keiner. Da bin ich drunter. Warte mal. Ich höre den Schuss, aber hier entweder einschlagen oder draufkommen. Hier oben, hier oben ist Dalu. Ich habe keine Mutti mehr. Jan, das ist ein Schaden. Alter. Heiß mir sehr. Maus-Sense im Skull. Das ist halt so krass. Ja. Ich habe gerade eben die Fenster verdoppelt. Early boy, noch eine Runde. Ich werde nur Traitor. Boah, Alter, die Diga hat mich gerettet. Wenn du am Anfang eine AK und eine Deagle hast, wirst du Traitor. Bevor die Preparing-Zene ist. Mh. So als Sequenz-Log meinst du? Ne, so funktionieren die Traitor-Passe. Ah. Ich habe eine AK und eine Deagle. Und dann zack. Aber ne, hat nicht geklappt. Ach, deswegen mache ich immer alles falsch. Toll, jetzt wo ich euch meinen Trick verraten habe, klappt es nicht. Bei einer M400-Deagle wirst du Detective. Bei Early hat es geklappt. Ich habe mir das Gefühl, dass da die Traitor ist. Ich glaube, Early hat da kaum eine Diegel. Alle, hallo, wer war die Worte? Ich habe nicht gewollt, denn. Ja, du bist Traitor. Ich bin noch so. Wir nehmen es Hüpfen und Tanzen. Ich tanze doch schon. Nein, nein, nein. Sag, was du Traitor bist. Ich will eine Diegel, Dalu. Ich bin hier, um eine Diegel zu suchen. Wir können ja Early einmal durch den Traitor-Raum laufen. Wolltest du meine geben? Ja, aber ich nehme deine Diegel. Jemand hat dir das Tier ausgelöst. Ja, na. Was? Das ist hinten. Dann hat er auf das Holz hingeguckt. Komm mal rein, Buddy. Das Tier wurde ausgelöst. Ja. Ich weiß nicht. Early war es nicht. Den habe ich beobachtet. Also, irgendeiner muss hier auf jeden Fall Traitor sein. Ja, was? Ja, die war tatsächlich geguckt. Na, ich weiß nicht. Early hat am Anfang so komisch gelangt. Ich kann mir erzählen, wann er wollte. Erzähl's hier für eine Entschuldigung sein. Da kommt er. Er will mich nicht abschießen. Ich kenne ihn ja schon. Ich kenne deine Tour. Ich kenne deine Tour. Ich mach da nicht mit. So nicht. Nein. Ja. Ist einer runtergefallen. Buddy? Alles okay. Ich leb noch. Buddy? Du machst kein Prop-Kill, du Bobo. Es gibt Damage. Prop-Damage geht das? Was meinst du? Ja, mit dem Prop jemanden töten. Mit Minecraft beispielsweise. Achso. Das wird sonst ein bisschen heftig werden. Wenn wir Early mal abschießen, der will mich töten. Werden wir sehen. Willst du die, die gild in die Hand? Ich kann auch die. Ja, keiner. Willst du dich töten, oder? Oh, Early ist der Dalu getötet. Hä, was? Ich hab Dalu überhaupt nicht getötet. Doch, ich steh hinter dir. Ich hab dich gesehen. Hey, Dalu lebt auch noch. Doch, du bist im Turm. Bin überhaupt nicht im Turm. Doch, bist du. Komm her. Ja, ich schieße auch noch auf mich. Was ist das? Komm her. Komm du da her. Komm du da her. Weißt du, du hast einen Nachteil, ne? Ich kann dich durch die Wand sehen. Ja, und ich hol mir jetzt ein Radar. Oh, ich kann dich durch die Wand sehen. Oh, ich kann dich durch die Wand sehen. Äh, mich nicht. Was ist denn jetzt wirklich funktioniert mit einer Akkabende-Digel? Ich hatte wieder eine Akkabende-Digel. Ja, ich auch. Trader geworden. Deswegen hab ich so gelacht. Wer hat das erzählt, dass das geht? Ey, das hat Dalu gerade einfach nur aufgestellt, das Hypothese. Und es funktioniert einfach. Aber es funktioniert einfach so perfekt. Deswegen hab ich das so gefeiert. Ich muss noch eine Akkabende-Digel suchen. Ich brauch eine Akkabende-Digel. Da ist eine Akkabende-Digel. Wo ist eine Digel? Ich hab noch keine da. Wenn das alle machen, geht das natürlich nicht. Weil es dann mehr Leute gibt. Wir gucken jetzt einfach, wenn eine Akkabende-Digel hat. In dem Moment nehme ich eine Akkabende-Digel. Wir gucken doch nicht, wer eine Akkabende hat. Ja, du behalst die Akkabende weg. Du bist wie der Innocent. Achso. Da bin ich aber froh, ey. Ah, Buddy, Buddy, Buddy! Was? Ich hab doch gar keine Akkabende. Ich hab doch gar keine Akkabende. Also Buddy. Und der Galaxy bestimmt auch. Ich treff nicht. Also irgendwie... Also irgendwie... Mann, ich hab grad gegessen. Huch. Das gibt's nicht. War knapp. Der hat auf die Traitor-Station geklärt. Ich hab nicht auf dich geschossen. Die haben eine Leiche geschossen. Nicht schwer aus. Hauptsache, ich hatte auch eine Akkabende-Digel. Der Runde ist schon vorbeigemacht, den Trick. Da ist der Diegel. Ja, das kannst du zehnmal machen. Und dann wird ein neues Item automatisch so bestimmt. So zufällig. Ab war schon zu Ende. Ja. Ja. Okay, Mitglied. Ich dachte so, wann töten Items denn bei Dalu? Der war im 1-Modus, deswegen hab ich das nicht gesehen. Aber Leute, ich würde sagen, das war eine wunderschöne Runde. Wenn es ihr erfahren habt, dann lasst sehr gerne ein Dolmchen da oben da. Wie gesagt, das Ganze gibt's noch nirgendwo. Aber vielleicht ja bald. Wir spielen's beim nächsten Mal wieder. Danke für... Wer ballert noch auf? Danke fürs Zuschauen. Abo da rein. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.